Das war so geil gestern im Stream. Ich habe mich da echt immer Schrott gelacht, wenn dieser Sound kam. Das war aber teilweise gut eingebaut. So, also München war einfach nur sexuell. Danach kam... Hallo? 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 Hallo Jay. Hört man mich noch? Ja, man hört dich noch. Bei mir ist gerade die ganze Zeit hängen geblieben, das Zauber. Da kam immer Money, 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 Money. Und die Leute reden weiter. Wieso hören die das nicht? Money, Money, Money? Okay, ich glaube mein Soundpearl ist gerade abgeschissen. Also hörst du immer noch Money, Money, Money? Nein, 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 nein. Klappt wieder. Alles gut. Okay, zurück zum Texter. Nach kam Köln. Köln war krass auch. In Köln hatten wir Freunde und Bekannte, vor allem auch Familien super viele. Oh Gott. Ich hab meine Mama nochmal gefragt, ja, ich musste bei Pantomime, musste ich Orgier nachstellen. Mein Papa, einer meiner Brüder und meine Mama saßen im Publikum. Mama, Papa, sorry. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Brüste, Nippel! Angela Merkel! Was? Angela Merkel! Brexit! Drucken! Drucken! Habe ich schon gesagt? Voll hin? Fögen! Doggy sign! Bam! Wait, what? Player! Eakulation! Ich grüße die Familie von Jay, die heute hier ist. Apo-Rash. What the fuck, Alter? Warte mal, wir machen das jetzt so. Stell du dich mal hin. Oh, geil. So. Oh, geil. So. Ihr dürft weiter an. Ich werde mich... Ich werde mich brau... Soll du das jetzt so bücken? So, so. Gangbang! Swingerclub! Gangbang! Und du darfst jetzt immer diese Bewegung machen. Okay. Von der Zeit kommt jetzt Sepp hin. Human Centipede! Ja, das die auch dran. Darf ich hier irgendwie an ihn ranmachen? Was? Hat man schon, hat man schon. Rudelbums im Eidrein. Da, er hat's. War's für Orgier. Orgier. Orgier! Das erste, was einem zu Orgier einfällt, Angela Merkel ficken. Aber gut, der Auftritt. Ja, den hat Sepp eröffnet. Sepp, wie waren deine Eindrücke? Was hast du? Du hast doch keinen eröffnet. Ich wollte deine Eindrücke hören. Wie war Köln, Sepp? Wie war Köln? Nee, der ist mit dir falsch gerade. Ich steh voll auf der Leitung gerade. Was Peter von mir will, ey. Hä, hast du nicht zugehört? Wie fandest du Köln? Du hast Köln eröffnet. Nein, Köln eröffnet. Genau, wie fand sie Köln eigentlich? Das ist ja schon sehr gut, komplett aber angehört. Was machst du gerade parallel?